Ihr kennt das. Ihr habt jetzt diesen tollen Trick mit Paracord als Schnürsenkel und da passiert genau das. Irgendwie scheint die Paracord nicht so gut zu halten an diesem Knoten. Bisschen durchs Gebüsch und schon ist das Ding locker und ihr fallt und stolpert über eure eigenen Füße. Wie vermeiden wir das? Auch dazu gibt es eine Lösung. Bleibt dran. Ihr könnt, falls ihr Schuhe mit solchen Haken zum einen folgendes machen. Ihr könnt von oben über diese Haken gehen. Und dann, jetzt kommt eigentlich der eigentliche Trick, um was es geht. Halbenschlag, Schlaufe, Schlaufe, die zwei Schlaufen miteinander verknoten, mit halben Schlägen zuziehen. Fertig! 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 Fertig!